Untertitelung im Auftrag des ZDF Wir haben Strom erledigt. Wir werden jetzt die Bestellung vornehmen. Ja, weit ist es genau. Oh, das ist gut. Ja, gehört nicht. Los, Hauptfenomenz. Das ist Handpflicht. Die Staaten gehen vorne. weil er weg genau in der ecke beginnen die leckung funktioniert anscheinend wieder ich hab das programm von nomitech runtergenommen falls der armieren könnte weiß es aber nicht 1 3 automatisch gut aus mit Dünger und mit Weizen, Kalkmuster nicht drauf alles gut gut, ob die Kurve rumkommt Jups, wir feiern mal ab gut, speichern wir mal jetzt gleich ich wünsche mal für allen schönen Sonntag Aufnahme Samstag um ja die Wunderbrief das ist nämlich von Späte fast 3 ok wir feiern trotzdem das ist Aussaat 1 1 lass ich mal arbeiten, dann werden wir mal gleich den Traktor waschen diese wird größer laut und ein bisschen weniger machen das gefühl hat man den tonen Schauen wir mal, wenn wir noch einschalten müssen. So, kommt mal sauber. Verlichten wir ein bisschen. Kann doch leicht. So, jetzt. Da haben wir noch eine Garage rein. Das sind alle hier. Ja, die Kuh meldet sich auch. Das Gericht werden wir noch vorstellen. Das stellt man separat. Das steht. 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 So. 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 Eine Woche Pause, das ist schlecht. Gleich gemäht. Jetzt muss man die Kontrolle machen oder es klappt. Ja, es klappt nochmal. Und wir werden gleich schauen. Schwatten vorbereiten. Und wir wollen das hier. Unter die Ecken sind wir blöd und vor allem ein Zaunerleben. Weg, weg ist es. Ja, ist weit genug weg. Schwatten. Da ist der Butterbeschwein. Äh, Unkraut. Darüber nacharbeiten. Das ist der LKW. Habe ich nur 3 Treptoren? Gibt's so aus. Gibt's so aus. Gibt's so aus. Das ist der LKW. Ich bin der LKW. Und der LKW. Ich bin der LKW. Ich schaue gerade um die Zeit. Ich sehe, wer geht nicht weiter. Trappabliche sind noch. Wie gesagt, schwappen, hinfahren, vorbereiten. So, wir schauen. Wenn er kommt, ist es gleich nicht mehr drin. Das wäre fertig. Da sind wir schon. Das war die erste Folge gewesen für heute. Für Sonntag. Ich denke mal, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mir gerne über einen Ape freuen. Oder einen Like. Und dann ein Like. Und vor allen Dingen auf ein schönes Wiedersehen. Tschüss und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal.